Ich meine, okay, es kommt jetzt auf den Boss an. Wenn der Boss jetzt so richtig OP ist, dann habe ich nichts gesagt. Aber hier von den Basilisten, das sollten sie vielleicht von der Stadt abhängig machen und nicht im Allgemeinen. Ich meine, okay, ich habe es trotzdem geschafft, aber... Ja... Leicht war es nicht. Was mache ich? Ich bin jetzt nicht ganz weggegangen. Das war nicht schlau. Okay, vergibst du sie erstmal. Tot. Höchst erscheinlich tot. Tot. Vergibst du sie. Vergibst du sie. Okay, jetzt wird es interessanter. Da. Okay, zack. Fünf Stück. Naja, das funktioniert besser. Ost. Pass. Jetzt erststellen die nach und nach. Ich...ja, ich muss da, ich... Das sind ne Menge Gegner Ok, nein, doch, doch, das... ...passt so Ok, hier bin ich noch ein paar Wie kann ich noch? Ok, dann lach, dass du ausweist Hast du 63%ige Chance auszuweichen, das wird wohl funktionieren Ok Ich schade euch allen... ...eine... Ich lasse mich... Es schadet auch nicht, wenn ich es nochmal einsetze. Okay, zack. Okay, das ist vollkommen in Ordnung so. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Super. Das läuft ja nie. Zack. 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 Ich dachte, das läuft super hier. Und Punch. Ja, mit Punch leider nicht ganz besiegt. Fünf Stück. Äh, doch, fünf Stück. Der wird von den Basilisten getötet. Ich weiß nicht, was ich so an wie es geht. Okay. Hau drauf Zack, zack, zack Fünf Tods Noch ein zig weiter Nein, alles hier, das ich hier rauf Mega Die Gug Hier Stück Den lasse ich mich nochmal abspeisen Ich höre die Dänen. Die kannst du vergiften. Genauso wie die 4. Sogar ganz und gar nicht mehr. Vergiften die 3 bitte noch? Die könntest du in aller Ruhe deine nächste Runde töten. Ok jetzt sind wir schon in der letzten Phase. Es kommen jetzt keine großen Worte mehr. Das was wir jetzt sehen sind da fast der ganze Test. Noch ein paar vereinzelte Nebel. Aber einen Großteil haben wir jetzt. Was sehr gut 72 nur noch. Schaffen wir locker. 3 nochmal 3. Ah Mist der kommt da hin. Egal. Komm hier der Magie. ARD Text im Auftrag des WDR 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 Hat nicht mal alle viel gebraucht. Okay, zack. Zweimal verfehlt, kann doch nicht sein. Geht das schon immer was. Ja, die Nacht haben wir ohne Probleme geschafft. Wirklich ohne irgendwelche Probleme. Okay, wir dürfen bitte vier einmal. Ja, und das lassen wir erstmal da. Ich muss ja nicht unmittelbarweise mein ganzes Mahn ausgeben. Ich darf es nämlich auch ohne. Okay, auf drauf. Und blocken extra. Ich bin so froh. Oh, wenn der ich jetzt deswegen sterbe. Ich würde sagen, wenn der jetzt gestorben ist, ich hätte mich zu Tode geärgert. Ich hätte mir die Haare vom Kopf gehörten lassen. Das hätte mich... Okay, das bisschen Schaden ist nicht schlimm. So. Und geschafft. Dieser Bestand, es riecht nach Sieg. Auja, der war schuld. Ah, leider sind die drei nicht. Egal. Nächste Runde haben wir dann ein paar auf Level 10. Was sehr gut ist. Okay, von beiden Seiten. Passt mir eigentlich so, wenn ich ehrlich bin. Auch von den Gegnern her finde ich gut. Passt so, passt so. Wie was hast du, meine Dämonen? Wo sind die anderen Götter? Wovon redest du, mein Lieber? Wenn ich ein paar Götter kennen würde, hätte ich sicher viel mit ihnen zu besprechen. Du glaubst doch nicht, dass deine kleine magische Experimente die Aufmerksamkeit höherer Mächte erregen würde, oder? Ich fürchte, wir sind ganz allein. Okay, bedeutet das, dass du mich als Göttin siehst? Das ist süß. Siehst du, du bringst mich zum Erröten. Ich fühle mich geschmeichelt. Wirst du etwa keine? Okay, jetzt kommt es mit den Selten. Für Ausbreitung brauche ich ja echt nicht physisch erscheinen. Ich glaube, ich habe fast die 200. Jetzt mal ganz ehrlich. Ist schon, ist schon mega. Okay, das mit der Resistenz wäre mega, aber erstmal hier. Danach bekommst du pure Macht. Du bist eh unser Crit-Bild, also. Kritische Staffe auch. Crit-Stärke? Ja, doch. Gibt es hier irgendwas mit Crit? Zuverlässigkeit? Na, das ist zu viel, das brauche ich gar nicht. Deine pure Macht mit Reduktion. Okay, du bist der Nächste. Du könntest das haben. Ein Aktionspunkt. Für den isolierten, getöteten Gegner. Einer. Ich würde fast Macht sagen. Was sind genau acht Felder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Selbst da hinten würde er die verstärken. Wenn er hier in der Nähe bleibt. Aktionspunkt, da muss ich nicht mehr überlegen. Neuladen. Ja, Reichweite, auch wenn es nicht sinnvoll ist. Ja, die 50% sind schon, hm. Ich würde gerne das, aber irgendwas sagt mir, ich sollte die pure Macht nehmen. Ich habe da so ein Gefühl. Er soll eigentlich... Ja, ich nehme mal mit. Genächtliche Belohnung. Was haben wir schönes. Schmuckstück Fernangriff. Oh. Definitiv ja. Nehme ich mal mit. Das ist aber eine Menge plus. Okay, gucken wir erstmal. Hier Fernkampf. Du oder du? Ich würde sagen du. Das tausche ich da. Jetzt Zuverlässigkeit. Definitiv du. Ja, hier physisch Schaden. Genauigkeit ausweichen. Gesundheit, Resistenz. Ich finde, ich wäre das auch nicht schlecht gewesen, aber... Doppelter Giftschaden. Okay, erstmal gucken. Erstmal gucken. Ich könnte dir das geben. Na ja, nichts. Okay, jetzt mit der Reichweite wäre cool. Deswegen nehme ich die auch mit. Ja, mit der Genauigkeit kann ich es eigentlich dir geben. Ja. Gebe ich dir. Ja. Okay, ich will definitiv mehr davon. Diese zwei Seiten, das ist super. Das sind wirklich nur noch leichte Nächte. Muss ich so sagen. Okay, vier Stück von denen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Hier, das kann ich jetzt einmal zurückschieben. Ich bin doof. Warum jede Seite vier sind zwölf? Oh Gott. Was habe ich hier keine drei? Ja. Egal. Hat keiner gesehen. Hat überhaupt keiner gesehen. Nein, nein. Betäubungsfalle geht nur, wenn er drauf tritt. Ich gehe erst mal alle Türen. Ich hätte gerne da noch eine Tür. Hier noch eine. Alles reparieren. Alles reparieren. Okay, bevor ich groß versuche, alles stärker und besser zu machen, dann gehe ich es erstmal nur mit dem. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.